Atletico Madrid hat keinen Bock mehr auf João Félix? Vor vier Jahren wechselte er für die Rekordablösesumme von 130 Millionen Euro von Benfica zu Atletico Madrid. Allerdings waren die Leistungen unter Simeone nicht so wie erhofft, weshalb er auch im Laufe der letzten Saison zu Chelsea verliehen wurde. Nun scheint es aber offensichtlich, dass der Klub dafür sorgen will, dass er den Verein endgültig verlässt. In der Hinrunde hatte er bei Atletico nämlich noch die Nummer 7 und obwohl er jetzt nach Madrid zurückgekehrt ist, wurde dieser einfach an Grießmann vergeben, obwohl er noch da ist. Findet ihr das fair?